Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesschlamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesschlamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesschlamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesschlamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Novene zu Maria, der Vermittlerin aller Gnaden Vierter Tag O Maria, ohne Sünde empfangen Bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. O Maria, ohne Sünde empfangen Bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. O Maria, ohne Sünde empfangen Bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns, arme Sünde Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt in der Sunde unseres Absterbens Amen Seligste Jungfrau Maria Heilige Mutter Gottes Wir verehren dich als die Mittlerin des Geheimnisses der Anbetung Jesu Durch die heiligen drei Könige, denn du hast sie dem Jesuskind vorgestellt O unsere Herrin und Mutter Vermittle uns die Gnade Und beweise, dass es dir gefällt, wenn wir dich als Mittlerin aller Gnaden anrufen Bitte für uns, o selige Jungfrau und Gottesmutter Auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi O Herr Jesus Christus Unser Mittler, dein Vater Du hast uns Maria als Mutter und Vermittlerin gegeben Lass uns auch jetzt ihre Vermittlung wunderbar erfahren Herr, wir danken dir dafür Amen Liebesflamme Rosenkranz Zu Ehren der Wunde der rechten Hand Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Wir küssen die Wunde der rechten Hand Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf Um die Wunden unserer Seelen zu heilen Um die Wunden unserer Seelen zu heilen Zu Ehren der Wunde des linken Fußes Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Wir küssen die Wunde des rechten Fußes Wir küssen die Wunden des linken Fußes Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf Um die Wunden unserer Seelen zu heilen Zu Ehren der Wunde der rechten Seite Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Wir küssen die Wunde der rechten Seite Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf Um die Wunden unserer Seelen zu heilen Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen Mein Gott, ich glaube an dich Weil du unendlich gut bist Mein Gott, ich hoffe auf dich Weil du unendlich barmherzig bist Mein Gott, ich liebe dich Weil du über alles lebenswürdig bist Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Schmerz, schmerzvolles und unbeflecktes Herzens Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen Mutter, schmerzvolles und unbeflecktes Herzens Mutter, schmerzvolles und unbeflecktes Herzens Mutter, rette uns Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herzens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute das ganze Wegefeuer. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. schmerzvolles und unbeflecktes Herzens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, Gottes überflutet das ganze Fegefeuer. Mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute das ganze Fegefeuer. In dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Die drei Papstgebete, drei sehr schöne Gebete für die Sterbende, die einem Sterben sehr nützlich und zur Seligkeit ersprießlich sind. Es war zu Rom ein Papst, der war mit vielen Sünden beladen. Gott, der Herr, schlug ihn mit einer tödlichen Krankheit. Da er aber erkannte, dass er sterben sollte, rief er zu sich, Kardinäle Bischöfe und Gelehrte, und sprach zu ihnen. Meine lieben Freunde, was für einen Trost gebt ihr mir, da ich bald sterben muss und mit meinen Sünden die ewige Verdammnis verdient habe? Ihm antwortete keiner. Einer war ein frommer Kaplan, Johannes genannt, der sprach, Herr Vater, warum willst du verzweifeln an der Barmherzigkeit Gottes? Da sprach der Papst. Was für einen Trost gibst du mir, weil ich doch sterben muss und fürchte, dass ich mit meinen Sünden verdammt werde? Worauf Johannes antwortete. Ich will dir dieses tun und dir drei Gebete vorsprechen. Ich hoffe, du wirst getröstet werden und Barmherzigkeit vom Herrn erlangen. Indessen konnte der Papst nicht mehr reden. Da kniete der Kaplan nieder und alle, die mit ihm waren, und er sprach ein, Vater unser, und an dies folgende Gebet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Erstes Gebet Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes und Sohn der Jungfrau Maria, Gott und Mensch, der du ängstlichen und blutigen Schweiß für uns vergossen hast, auf dem Ölberg Geruhe auszubreiten und zu opfern, deinem blutigen Schweiß, Gott, deinem himmlischen Vater, für die Gegenwärtigkeit dieses sterbenden Menschen. Ist es aber, dass er mit seinen Sünden die ewige Verdammnis verdient habe, so möge dieselbe von ihm abgewendet werden. Dies, o ewiger Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, nun und ewig. Amen. Zweites Gebet Herr Jesus Christus Der du geruht hast, für uns zu sterben, am Stamm des Heiligen Kreuzes und dich in ganzer Genügsamkeit deinem himmlischen Vater befohlen, die Ruhe auszubreiten und zu opfern, deinen allerheiligsten Tod, Gott, deinem himmlischen Vater, um den freizulassen und zu verbergen alles, was er verdient hat mit seinen Sünden. Dies, o ewiger Gott, Vater, durch unseren Herrn Jesus, deinem lieben Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, nun und ewig. Amen. Amen. Drittes Gebet Herr Jesus Christus Der du geruht hast, durch den Mund der Propheten zu reden, mit ewiger Liebe habe ich dich gezogen zu mir. Diese Liebe hat dich gezogen von der Höhe des Himmels in den Leib Maria, der Jungfrau. Amen. Diese Liebe hat dich gezogen aus dem Leib Maria in das Tal dieser dürftigen Welt. Diese Liebe hat dich erhalten, 33 Jahre, in dieser Welt. Und in diesem Zeichen der großen Liebe hast du deinen heiligen Leib zu einer wahrhaftigen Speise und dein heiliges Blut zum wahrhaftigen Trank gegeben. In diesem Zeichen der großen Liebe hast du Wollen gefangen und geführt werden von einem Richter zum anderen. Und in diesem Zeichen der großen Liebe hast du Wollen verurteilt werden zum Tode und hast Wollen sterben und begraben werden. Und wahrhaftig auferstanden und erschienen bist du deiner heiligen Mutter und allen heiligen Aposteln. Und in diesem Zeichen der großen Liebe bist du von eigener Kraft und Gewalt zum Himmel gestiegen und sitzt zur rechten Hand Gottes deines himmlischen Vaters. Und du hast den heiligen Geist gesandt in die Herzen deiner Apostel und in die Herzen aller, die da hoffen und an dich glauben durch dein Zeichen der ewigen Liebe. So öffne heute den Himmel und nimm diesen sterben der Menschen. Trotz all seiner Sünden persönlich auf in das Reich deines himmlischen Vaters, dass er mit dir herrscht nun und ewig. Amen. Amen. In dessen starb der Papst. Der Kaplan verharrte bis zur dritten Stunde. Da erschien ihm der Papst leiblich und tröstlich. Sein Angesicht war leuchtender als die Sonne. Seine Kleider waren wie der Schnee und sprach Mein lieber Bruder, obwohl ich ein Kind der ewigen Verdammnis sein sollte, bin ich ein Kind der Glückseligkeit geworden. Als du das erste Gebet sprachst, Da sah ich den Himmel offen und den Herrn Jesus in dem Reiche stehen zu der rechten Hand Gottes des Vaters, welcher zu mir sprach Komm, dir sind alle Sünden vergeben. In dem Reich meines Vaters wirst du ewig sein und bleiben. Amen. Mit diesen Worten schied meine Seele von meinem Leib und die Engel Gottes führten sie in die ewige Freude. Da dies der Kaplan hörte, sprach er O heiliger Vater, diese Dinge darf ich niemandem sagen, denn sie werden es mir nicht glauben. Da sprach der Papst. Für wahr, ich sage dir, der Engel Gottes steht bei mir und hat die Gebete geschrieben mit goldenen Buchstaben zum Troste aller Sünder und Sünderinnen. Wenn ein Mensch hätte getan alle Sünden der Welt, so aber die drei Gebete gesprochen werden an seinem letzten Ende, so werden ihm vergeben alle Sünde. So seiner Seele Pein leiten sollte bis an den jüngsten Tag, so wird sie erlöst. Der Mensch, der sie lesen hört, der wird nicht eines bösen Todes sterben, auch in welchem Hause sie gelesen werden, da wird kein Kind tot geboren werden. Darum nimm diese Gebete und trage sie in die St. Peters Kirche und lege sie in die Kapelle der Himmelfahrt Marie genannt, zu einem sicheren Trost. Der Mensch, der da sein wird in Todesnöten, der sie liest oder hört lesen, der verdient 400 Jahre Ablass für die Tage, die er leiden sollte im Fechtfeuer wegen seiner verdienten Schuld. Auch wer das Gebet liest oder hört lesen, dem wird geoffenbart werden, die Stunde seines Todes. Amen. Von einem alten Gebets zertag Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen. Maria mit dem Kind lieb uns allen deinen Segen gib Amen. Amen.